Oh Gott, das ist die schlimmste Besprechung, in der ich jemals war. Mir folgt immer so ein schwarzer Mann, wenn die Sonne scheint. Ich schätze mal, das ist ein Schattenbrick. Ich nenne den Mann Leon. Und wenn es bewölkt ist, was passiert dann mit Leon? Er geht nach Haus. Das ist dein Schatten. Er spricht von seinem Schatten. Halten Sie alle mal den...